Los, Cladius, schreib auch einen Brief. Wann wirst du endlich mal erwachsen? Niemand wird mir irgendwas schenken, bloß weil ich ihm einen dämlichen Brief schreibe. Jetzt hab ich mein Papier zerrissen. Kann ich noch eins haben, bitte? Na klar, Kumpel, hier hast du. Aukidoki-Tatz. Cladius. Äh, Spongebob. Danke. Lieber meiner. Nein, nicht zu wieder. Leuki?